Hi Leute, ich bin Martin Stosch und ich erkläre euch heute das Wort cool, weil viele Leute wissen eigentlich gar nicht, was cool bedeutet. Im Englischen heißt es zwar so gut wie kühl, aber heutzutage wird es einfach anders genutzt und der Ursprung von einem Wort kommt von der frühen Jazz-Szene, von den 40er Jahren oder Ende der 40er Jahre einfach. Da haben die Leute einfach in den Kneipen, haben die Jazz gespielt, bis die Finger geglüht haben auf den Gitarren und dann haben sie einfach eine neue Musikart entwickelt, damit sie nicht so schwitzen in den ganzen Clubs und haben einfach coolen Jazz gespielt. Das war dann im Endeffekt einfach ruhiger Jazz, der einfach nicht so hektisch war, damit die Leute nicht zum Schwitzen kommen. Und heute bedeutet das Wort einfach so viel, dass man lässig ist und ja, lässig wie einfach jemand, der einfach eine gewisse Coolness einfach ausstrahlt. Lästig, ruhig und einfach jemand, der alles im Griff hat. Das ist auch cool.